Hallo und herzlich willkommen auf einem Kanal hier mit unserem Challenge-Projekt mit der Melu und mit Chrissy Shaming. Moin! Halt die Klappe. Chrissy Shaming. Eine kurze Frage, willst du Mist kaufen? Nein. Du musst jetzt runter in den Zalu. Mach das. Ja, wir werden jetzt mal kurz das Ding da verkaufen. So, dann werden wir das jetzt dann ausmachen da. Hä? Wow. Ach Chrissy, es läuft einfach heute. Hallo? Ja, was? Ach, du lebst mal. Ich muss halt kurz gucken, ob meine Wiese wieder ehrendreif ist. Wir sind halt echt schon wieder ehrendreif. Schnelles Mähwerk. Ja, das mach ich ja, aber am nächsten Tag. So, meine sehr verehrten Rivalen. Ja. Was ist los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geil, geil geil geil. Geil geil geil, der Kollege. Was gibt's denn durch Fass? Weiß ich nicht. Ach bitte? Was ist denn das? Was ist denn das, bitte? Noch nicht angucken, ich bleibe hier nicht stehen, das geht mir sicherlich gleich ab. So, hey Lumi, du arbeitest, Levin, erklären Sie mal. Warten Sie kurz. Ich muss kurz aufwärmen. Also, wir haben hier unser Schmuckstück, den ihr euch nie leisten werdet könnt. So, haben wir hier. Walle kurz, Walle kurz, Walle kurz, Walle kurz. Komm mal kurz her, komm mal her, den Zütteln wir jetzt mal in den Taschen aus. Du gibst uns jetzt erst mal das Geld, Vogel. So, red weiter. So, und dann, so, bitte, bitte jetzt mal alle Taten zumachen. Also von der Map. Ja, hab ich. Okay, so, dann hier Slalom durch. Vorwärts oder rückwärts? Vorwärts. Aber mit Schneidwerk hinten dran, ne? Das ist Slate, ich hab schon kurz Zeit, wir müssen uns rückwärts fahren. Ach du heilige. Ja, warte doch mal, ich bin doch gar nicht hinterher, ich bin ein alter Mann. Ähm, kriegst du Strafe, wenn man die Fucht zerstört? Ja. Fünf Sekunden. Ach, boah, also. Ach, das geht auf Zeit. Hör mir doch auf. So, dann fahrt ihr hier vor. Gegen das Auto. Mach den Motor aus, springt hier rein, macht den Motor an, fahrt hier durch. Ach du heilige. Digga, wir hätten hier geteert, Junge, Digga, auch nicht gerade aussehen, Junge. Musst du dann auch wieder drehen, oder musst du einfach nur hier durch? So, dann, hier stehen bleiben. Mhm. Ja. Äh, dann wird erstmal die Zeit genommen. Ja. Und dann, ne, 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 die Zeit wird dann nicht genommen. So, dann gehts ganz nochmal weiter, aber wenn ihr hier drin steht, dürft ihr auf die Map gucken. Und, äh, gucken, wo die Röthenhofer Biogasanache ist. Was ist der Hofer? Jetzt nicht gucken. Ich hoffe ja nicht. So, komm. So, komm. So, komm. So, komm. So, komm. So, komm. Scheiße, geht schlecht. Ähm. Nein, warte kurz, wir machen jetzt am besten. Mir wurscht. Ähm. Wie, wie tut man jetzt am besten, gucken. Äh. Stell uns mal ne Frage. Äh. Ja, scheiße. Wie viele Abonnenten wir haben? Das muss ja jeder wissen. Ja, das weiß ich ja selber nicht. Ähm. Hä, willst du mich verarschen oder verarschen? Ja, ich, ich. Wie viele folgten, also wirklich immer folgen, auch wenn sie nicht perfekt nummeriert waren, oder sind True Farming. True Farming 1115. Ja, ist richtig. Sie mich verarschen, oder was, du kleiner Sucht, die Junge. Ich guck das seit einem Monat nicht mehr. Wow. Du darfst entscheiden, wie zu anfangen oder so dich vorliegen. Hm. Lass mal den Verlierer anfangen. Ach, kleiner fetter Oma. Damit ich weiß, wie das auch läuft. Fährst du mit Lenkrad? Hast du Lenkrad? Ja, aber nicht angeschlossen gerade. Dann fahr ich mit Tastatur und mit Svrs. Gut, das wäre bin ich. Darf ich Motos schon anmachen? Ja. Was ich noch vergessen zu sagen habe, in Innenansicht. Ach Gott. In Innenansicht? Ja, mit Außenansicht kommst du da locker durch. So, in Innenansicht, aber nur so in nur Treffer. Christy, komm, Christy, komm an uns Levin und lasst auf ihr Beifahrersitz. Lasst das mit erleben. Wie so ein Fahrlehrer, Junge. Du redest mich da eben von da hinten. Okay. Komm, Baby, ich nehm mich. Scheiße, Mann. Warte mal, am Ende darf ich auf die Karte gucken. Ich muss aber nur durchfahren, dann wird die Zeit abgesetzt. Also ich muss nicht nur irgendwo hin. Du musst durchfahren und musst in dieses Ding ins Reihen fahren. Und stehen und den Motor aushaben. In das Viereck. In genau das Viereck. Oder muss ich nur durchfahren? Nein, du musst genau drinstehen, Motor aushaben. Und dann darfst du auf die Karte gucken. Ja. Bereit? Jo. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Ich weiß, keine Ahnung, was ich mache. Ich muss... Gras, ne? Alter, jede Sekunde zählt. Das ist halt früher vor allem noch. Oh, du. Und den Innenansicht, ne? Ich war mit den Innenansicht. Okay. Flalom. Gelle Abfahrt. Digga. Ich hab' mir noch nie was anderes gemacht, Junge. 30 Sekunden sind um. Ja, das läuft doch gut. So, stehen bleiben. Ey, Motor aus, Motor aus, Motor aus. Ist aus. Das hier auch in Ansicht? Ne, das kannst du aus in Ansicht machen. Jetzt kannst du aus in Ansicht machen. Ey, weh, ich hänge hier irgendwo fest. Gib Gas, du alte Rotzschüssel, Junge. Altes Abi-Fahrzeug von... Chrissy, Junge. Damit fährt er ja mal zur Schule. Hat wenigstens einfach acht. Da am Ausbruch schnüppelst, Alter. So, aus, aus, aus. Jetzt die Rotenhöfer Biogasanlage. Was? Rotenhöfer Biogasanlage. Die Rötenhöfer Biogasanlage. Bin ich da? Nein, mit dem Auto hinfahren. Ach so. Willst du mich verarschen? Oh, da muss ich jetzt hinfahren, oder was? Ja. Hä? Willst du mich rollen? Oh, warum sagst du denn sicher anfangs? Doch, äh, Chrissy, bleibst du mit mir? Sonst weißt du ja gleich schon, wo es ist. Mhm. Alter, ich darf ab, äh, muss ich Straße fahren? Ja, sicher. Der Hund kürzt sie bei 40er-Fölter. Ey, das kostet so viel Zeit. Sag mir das doch, sovorn. Ja. Wie cool, dass ich einen Führerschein habe und mit 80 durch 30er-Zone fahre. Ähm. Oh, Juggel. Alter, es geht ab, Juggel. Sorry, Omi. Heute lass ich mich mal nicht wieder. So, das werden wir lang. Durch den Wald fahren? Vielleicht. Aua, nein, das kostet Zeit. Hallo, du Scheiß-Auto-Karre. Ja, ich hab überall Gegenwehr. Ich mach den Chrissy-Style. Was auf Chrissy... Achso, ich kann ausnahmsicht fahren. So, jetzt hättest du halt Radam, dass mich halt schon, aber... Ja, wobei, es wird auch ganz gut, glaube ich. Ah, hier, ne, gibt's ein Fenster. Rewards, du hörst. Boah, du Scheiß-Auto-Karre. Mann, Chrissy, öl mal deine Karre hinten an der Achse. Junge. Scheiß-Ami. Ach, Juhu. War ich hier richtig? Nee. Bitte nicht. Oder ich weiß, du kannst sicherlich hochfahren. Ja, ich kann hier oben hoch. Bin da. Herzlich willkommen bei meiner neuen Biogas-Antrage. Pissig, die wollte ich kaufen. Die ist schon in meinem Besitz. 29,8,3. Wie lange? 3 Minuten, 29,8,3. Ach, du Scheiße, ey. Das hat so viel Zeit gekostet. Ich bin erst mal hier hingesprungen, Alter. Willst du mich rollen? Hättest du gerade sagen können, wenn ich hierhin fahren muss. Äh, der Stecker bitte aus, ob ich jetzt die Karre zurückkomme. Ja, wollt schon sagen. Was ist mit dem Drescher? Justin, übrigens, ich komme dann nochmal Ovi wegen unserem Angebot, gell? Ich gehe wieder zu meinem Hof. Ciao. Ciao, Chrissy. Hm? Ich hoffe, du hast nicht auf die Karte geguckt. Na. Natürlich hat er auf die Karte geguckt. Warum ich mal... Ich habe den Drescher schon mal hierhin gefahren. Ja. Dann probiere ich gleich. Nicht, dass er drei Meter weiter hinten steht oder so, ne? Ja, er steht genau an der Kante, wo es, äh, nicht getrocknet ist. Okay, so. Dann kommt die Karre jetzt noch. Oh, eben geht der Dampf aus. Ungeriss, ich war dein Tag heute so. Gut, und denen? Ja, so, passt. Okay. Äh, ich glaube, aber das werden wir in der nächsten Folge machen, oder, Herr Kollege? Stimmt. Jetzt ist mir ein Klickspaß. Jo. Ja, mach ab, begrüßen du. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, dass ihr das Rollen-Video unterlässt euch gerne ein Like, schreibt seinen Kommentar, bis dahin, most good. Ciao, ciao. 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 Ciao.